Ja hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Roblox Phantom Forces und zwar einfach mal weiter, weil ja natürlich unser Rang resetet wurde und sowas und wir versuchen wieder hochzukommen. Wir haben einen Space Case Key bekommen. Wir haben 850 Geld oder Dollar, keine Ahnung. Und ich glaube, wir holen uns erstmal so einen Space Case. So. Ne, wo war das? Hier. Bike Case. So. Dann können wir den noch öffnen und mal schauen, was wir rausbekommen. Ich hoffe, was gut ist. Na, alles wieder so ein bisschen. Für die Revolver. Uh, ich glaube, das ist gut. Ankommen. Also, ja. Weapon Loadout. Wir wollen keine von denen. Die hier wollen wir. Die sekundäre, dann nehmen wir die Rex. Und dazu können wir... Ne, nicht hier. Sondern hier. Yeah. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Also, es gibt ja einige, die sehen ziemlich... Fragwürdig aus. Machete. Nice. Okay, ähm... Aber das sah ziemlich gut aus. So. Hoffentlich... Oh, Moment, mein Mikro. So. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu laut. Wenn ja, dann tut's mir leid. Aber für mich ist es jetzt nicht zu laut. Kann ich auch erstmal... Verdammte Scheiße, ey. Hier ist alles. Mann, vielleicht soll ich mal vor dem Video schauen. Ach Gott, das schreckt mich da nicht so. Du lässt ein bisschen... Am Eis rum. Boah, 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 fick dich halt, die Scheiße, Alter. Ja. Nein! Der ist weggeworfen. Also, wir haben später... äh, späteran also. Ähm, wir können... äh, Weapon Loadout. Äh, Primary Attachments. Optics? Ne, ne, da. Barrel. Espressor und Laser. Da haben wir schon 30 Kills. Wir sind jetzt ran 4. Ich muss mal hoffen, dass hier oben clean ist. Wo von hinten? Oh Gott. Ah, Skidule. Faut mal, das sieht geil aus. Richtig geil. Ich finde, das ist eine der besten Talungen, die ich bis jetzt habe. Die beste Talung bis jetzt. Ich hab ja auch nur zwei. Oder... Es ist die beste Talung, die ich bis jetzt hatte. Also, mit dem Rang 17er-Account oder 18er-Account mit dazu gerechnet. Wie... Von hinten verweckt scheiße, ey. Hä? Ich war doch schon hinter dem Ding. Da muss sorti-wie hinter mir gestanden sein oder so. Du... 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 Du.... Du.... Du... 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 Stimme leise immer weiter hier runter auch zu heiliger Scheiße mein Hund L der hat einfach von selbst die Tür aufgemacht dessen kann sie wieder aus K es gibt ihn aus danke K K K K Stina Masse um sich an vor ich werde es erst mal so hier als ich muss kurz die Tür zu machen wenn man die Tür aufgemacht hat bei mir kurz immer noch schnupfen an die Kommission umgestellt aufjagd jetzt haben wir hier unten sagen schon hier oben ein bisschen Unterstützung bekommen können wir hier die da unten eigentlich ziemlich gut decken ne oh oh shit oh heilige Kacke ey so ich spawn mal hier bei diesem crazy kid schießt ihn auf die Füße da ich habe um mir überlegt ob ich noch ein spiel heute letzt werden da ein neues also doch keine Ahnung ob ich das machen werde oder nicht aber schnell hoch hier ist niemand als ob hier keiner mehr ist ach ey die Sonne blendet ich habe einen oh ich glaube ich habe da gerade diesen roten Punkt gesehen dass da gleich jemand hochkommt das heilige Scheiße Alter zwölf Leben Junge 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 ooooh ho ho ich habe ihn noch gesehen Alter ooooh nein ich werde gleich sparen Puh, einige Kacke, Alter. Jo! Ja, ich hab ja wenigstens einen. Mann, die laufen mir den ganzen mit dem Messer rum in die Arschgelgen. Jetzt wird Suckebellen gespawnt. Ach du. Oh. Assist, Count as Kill. Okay. Gebe ich mich mit zufrieden. Ich bin bei ihm. Oh Gott, Alter. Ah, shit. Lol. Kein Aim! Ich muss grad nachladen, das ist so bad. Oh. Ich mach mal meine Wolfer raus. Hä? Ich hab doch geäumt, Mann! Wieso hat er denn das Einweg gemacht? Och, ey! So ein Fick. Jo, alles klar! Ach, heilige Scheiße! So ein Fick. Verdammte Scheiße! So ein Fick. 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 Andererseits. So ein Fick. So ein Fick. So ein Fick. So ein Fick. Prozent 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 Achtung scheiße Junge Lachen wir schon die Granate und warum macht ihr denn kein Geräusch? Ja lol Los wir müssen das machen Leute Puh heilige Scheiße Junge, schreckt mich doch so die kann man wahrscheinlich mit einer Granate in der Hand an gerannt Ach wie ein Schreitungser, wir werden angeschossen Jooo Ey, das ist unmöglich, dass er immer mit einer Granate da reinrennt Junge Ach shit man Ach shit man 40 Punkte Unterschied 40 Punkte Unterschied Dan 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 Hm Hä 30 Attachments Ein Ähm, 55, äh, jetzt weiß ich besser, hier, Underbarrel, Vertical Grip, nice, nice, nice. Ich will mal gucken, ob ich bei Scout dann, also, PDW, äh, wann kriege ich denn das nächste, 9, 6, da ist 6, äh, also bei 6 kriege ich die UMP45, und ich spiele, ne, Recon hier, DMR, nice. Da habe ich noch keinen Kill, leider, leider. Wir sind Phantome, geil. Haben sie, glaube ich, geändert, dass da jetzt endlich mal steht, was man ist. Beim Staus. Das ist gut, das ist gut. Sicherlich hast du in diese Richtung gezielt, ne? Hat man vollkommen gesehen. Ich glaube, irgendwie, das war es einfach Läggie. Oh, Freunde. Ist er einfach verschwunden? Oh, geht er auf meinen verfickten Weg raus. Junge, wie schnell drehst du dich denn? Du musst irgendwie ein Aimboard oder so drin haben, damit er sich so schnell drehen kann. Und dann noch so treffen. Dann, da, 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 da. Do, Phantome. Okay. 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 Prozent Prozent nach sich täglich ich muss aber bedenken der ist 88 Ränder über mir du die ist er mir da ja warte kurz so Prozent schnell einnehmen ich jetzt ausgelaufen Tomas oder noch auch leck mich doch verdammt auch mal an meinen Eiern Junge so ein ganzes Team so verdammt blind ist wer zum Fick als ob da jemand hinten bei diesem Scheißzeug da kämpft Alter Alter ist nicht nur einer so drei Leute dann eliminiert und nicht einer hat mich geschossen verdammt der Scheiße bin ich gut und er hatte sogar gleich in den Snipern Intervention oder so konnte ich jetzt wirklich nicht so erhaschen aber was ist meine Quote? so ich habe den höchsten Score aus meinem ganzen Team und bin fast einer der schlechtesten einer der schlechtesten dann gerade schießen da kommt keiner da der hat mich gerade fast getroffen von hinten Daugt da mit mir einer oder was, alter? Nee! Nee! What the fuck? Some Superhero! Frech! Nein! 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 Ah, ne AK-12! Ich hab keinen Schirm, ob ich die spielen kann! Hehehehe! Ich versuch das einfach mal! Hehehehe! 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 Ich hab ne AK-12! Darf ich damit rasieren? Danke! Oh, 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 oh! Oh! Okay, hier nicht! Vor nach A, nach A! Oh... Oh, oh... Ich hab' ein... Hahaha! Mit meiner Frick... ... das war ich bin so behindert ich bin so behindert Fick dich! Du musst es nachmachen! Du hast mir nicht mehr viel Schaden gemacht! Ach du Bastard! Der hat mich ganz so verdammt erschrocken, alter! Jo! Oh! Was brauchen wir mal diesen Louis? Oh! Ha! 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 Verdammte Scheiße Hilfe! Ich hatte grad nur ein Leben oder was? Keine Ahnung! Ach Gott! Ich will nicht absterben! Da hinten! Nicht dein Ernst! Da leck mich! Ähm... Zuckali! Konnata! Komm wieder zurück! Wir haben gewonnen! Oh Gott! Da guck dich mal den Score an ey! Ja wieder so ein Born in Turncase! So den möchte ich gleich öffnen! Ha! Case Inventory! Ähm... Case Keys! 1 und Turn! By Case Key! Confirm! Continue! Uh! 1 und Turn! Open Case! Zack! Nein! Zack. Go. Give me something good. Please. Ich want this. Wenn das was scheiße ist, dann... Für die M9, okay. Old Polymer. Nice. Ähm...